So, für die Zuschauer, die jetzt schon langsam in den Raum hineinkommen, nicht wundern, dass wir noch ein klein wenig schweigen. Wir warten einfach nur, bis alle Zuschauer hier eingetroffen sind, weil wir haben ja doch zahlreiche Anmeldungen für die heutige Veranstaltung. Und wir reden dann auch gleich los. Das ist immer so ein schöner Moment, wenn die Teilnehmerzahlen so steigen, wenn man da so zuschauen kann. Wir wünschen Ihnen einen schönen guten Abend. Und es ist ja auch schon so richtig Abend um 18 Uhr, draußen dunkel. Draußen dunkel, da müssen Sie sich immer noch dran gewinnen. Aber wir haben ja bald die längste Nacht des Jahres. Und da freuen wir uns ja schon drauf. Aber mit der wollen wir halt nicht beginnen. Ja, schönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Und auch einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria-Christina Nimmerfroh. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam heute hier wirken können und wirken dürfen. Denn wir haben ja ein ganz spannendes Thema. Panikmache in der Corona-Zeit. Und da hat sich noch jemand hineingelinkt. Schönen guten Abend da her. Und wir werden mal gucken, dass wir Sie zumindest mal vom Video dann herausnehmen. Denn wir wollen ja die Konzentration auf der Frau Nimmerfroh. Heute haben und auf den spannenden Thema Angstmacher Medien die Wirkung der Berichterstatten in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie. Denn diese beschäftigt uns ja nunmehr seit dem Monat März ganz intensiv in Deutschland. Und umso länger die Pandemie dauert, umso mehr Wirkung hat es auch in den Medien und umso mehr Wirkung hat es auch vor allen Dingen Bürgern hier in Deutschland. Wir erleben ja mittlerweile mehr mit dem Bild, dass die Menschen mit Maske durch die Straßen laufen, durch die Supermärkte, Einkaufsmärkte, durch die öffentlichen Gebäude und vieles mehr. Wir hören in den Medien derzeit immer wieder nach Tag aktuell von dem Anstieg der Zahlen, von dem Anstieg der Todeszahlen. Und das hat ja eine gewisse Wirkung auf uns Menschen, auch im Alltag. Und deswegen freue ich mich, dass Frau Nimmerfroh heute uns mal dazu aus ihrer Sicht der Dinge und auch entsprechend ihrer Sammlung ein Abbild gibt über das, was da eigentlich läuft und welche Wirkung solche Bilder aus den Medien auf die Menschen haben. Und vor allen Dingen auch, warum die Medien das ja auch zum Teil auch mitmachen. Frau Nimmerfroh selber ist Diplom-Psychologin und hat da viele Erfahrungen gesammelt, leitet ja an der Hochschule in Bonn, Rhein-Sieg, den Schwerpunkt der Wirtschaftspsychologie. Und ich denke mal, auch mit ihrer Erfahrung, die sie auch als Journalistin gesammelt hat, wird sie uns heute einiges dazu entsprechend erzählen dürfen. Ich freue mich jetzt auf den Vortrag. Ich will auch gar nicht weiter darum reden. Frau Nimmerfroh, ich freue mich auf Ihre Präsentation, auf Ihre Erzählung und ich sage einfach, legen Sie los und Dankeschön. Vielen Dank. Bevor ich nochmal, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal das Wort habe, Entschuldigung. Liebe Zuschauer, Sie haben natürlich auch die Möglichkeit hier, wenn Sie uns direkt folgen, über die Frage- und Antwortfunktion, die Sie unten bei sich auf dem Bildschirm finden, können Sie uns direkt Fragen dann stellen und auf die Fragen würden wir dann selber nochmal direkt im Anschluss eingehen. Ja, Frau Nimmerfroh, jetzt ist es Ihre Veranstaltung. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es wahnsinnig wichtig, mal in einem solchen Medium über Medien zu sprechen. Warum ist es wichtig? Naja, weil die Medien das selber ja oft nicht tun. Die reflektieren ja selber nicht. Journalisten machen ihren Job. Viele machen das sehr verantwortungsbewusst, aber die denken eben auch oft nicht darüber nach oder versuchen das mal innerhalb der Medien zu thematisieren. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, mal da drauf zu gucken, wie wirkt das denn eigentlich auf viele Menschen. Und ich kann da aus der psychologischen Sichtweise und auch aus der Forschungssichtweise einiges beitragen. Wir freuen uns aber natürlich auch auf Ihren Beitrag und auf Ihren Fragen. Sie sind selber Experten in dem Gebiet, weil Sie selber Medienkonsumenten sind, weil Sie Fernsehen schauen, soziale Medien lesen, Zeitungen lesen etc. Insofern ist natürlich auch Ihre Ansicht und wie wir damit umgehen von großer Relevanz. Und Sie haben es gerade schon gehört. Schreiben Sie gerne zu jeder Zeit, zu denen Ihnen was einfällt, was in das Question-and-Answer-Tool Q&A, was Sie unten in der Leiste finden. Wir freuen uns über Ihren Beitrag. Und Sie unterbrechen mich auch nicht, wenn Sie schreiben. Das kommt beim Kollegen an, der hat ja ein scharfes Auge drauf. Sie müssen sich also nicht scheuen, sich zwischendurch da gerne zu äußern. Ich freue mich ganz besonders, dass wir darüber sprechen können. Ich hatte gerade schon gesagt, oft hat man nicht Gelegenheit dazu. Und wenn wir über Angst sprechen und über Befürchtungen und über Sorgen, dann gibt es einmal die Sorge, die sicherlich viele von uns über ihre Gesundheit haben. Aber woher kommt das? Also es kommt einmal daher, weil wir ein Empfinden für unseren Körper haben, weil wir eine natürliche Angst davor haben, zu erkranken. Und heute Abend wollen wir darüber sprechen, wie auch Medien genau darauf Einfluss haben durch sehr spezielle Mechanismen. Und ich habe das Glück, in verschiedenen Welten unterwegs zu sein. Ich habe Journalistin ganz klassisch gelernt beim Radio. Ich habe als Reporterin gearbeitet im Bereich der aktuellen Berichterstattung auf der lokalen Ebene, ganz klassisch in der Kommunalpolitik, in der Polizeiberichterstattung, was man da so macht. Da habe ich gelernt, wie Journalisten arbeiten und bin dann, habe dann Psychologie studiert und bin da heute an der Hochschule tätig und habe so meine Erfahrungen aus dem Journalismus zusammen mit dem, was ich aus der wissenschaftlichen Seite her weiß, kann ich sehr gut verbinden und dann vielleicht auch mal für Sie ein bisschen die Hintergründe sichtbar machen. Das ist so mein Ziel heute Abend. Ich habe ein kleines Säckchen für Sie gepackt mit Forschungsergebnissen, wo Forscher sich Gedanken darüber gemacht haben und gezählt haben und Leute befragt haben und wir da schon recht sichere Erkenntnisse darüber haben, wie bestimmte Medienberichterstattung wirkt. Ich habe hier für Sie mitgebracht einfach mal zwei Ausschnitte von Online-Medien, wie Sie sie heute auch so sehen können. Das eine ist, Sie erkennen es vielleicht am Layout, die Bild-Zeitung, das andere ist die freie Presse, alles sehr negativ, naturgemäß angesichts dieser schwierigen Lage, in der wir uns befinden. Wir haben hier Formulierungen wie Impfalarm oder infizierte Pfleger oder unfassbar oder eben mehr, größer, angespannter. Also immer eine sehr starke Konnotierung auf das, was schwierig ist. Und ich habe hier wirklich nur eine Zufallsauswahl getroffen. Ich habe heute Nachmittag, als ich nochmal meinen Vortrag durchgegangen bin, bin ich da einfach, habe ich mir einfach diese Aspekte angesehen und festgestellt, okay, es ist so, wie eigentlich auch die Forschungslage uns zeigt. Was wollen wir uns heute ansehen? Forschungsergebnisse aus verschiedenen Problemlagen, nenne ich das jetzt mal. Wir haben ja hier in Deutschland tatsächlich eine massive Pandemie, wie wir es seit Jahrzehnten auch aus Deutschland nicht kennen. Aber in anderen Teilen der Erde, zum Beispiel in Südostasien, gab es schon andere Pandemien, SARS-Pandemien zum Beispiel. Das heißt, es führt heute dazu, dass wir aus diesen Zeiten auch schon Erkenntnisse haben, wo auch Pandemien ein Stück weit zu Ende gegangen sind, wo man eben auch da schon mal Berichterstattung und Wirkung untersuchen konnte. Wir haben heute Zahlen aus der Wissenschaft, auch zu dieser Pandemie, die natürlich noch nicht abgeschlossen sind, weil wir da natürlich uns noch in der Forschungslage befinden. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was ist mit der Alarmierung? Warum machen vielleicht Medien sogar krank, wenn man zu viel davon konsumiert? Auch da gibt es einige Erkenntnisse in diese Richtung. Was ist mit der Risikowahrnehmung? Also kann man tatsächlich eine Bevölkerung dazu bringen, irgendwas dramatischer wahrzunehmen, als es vielleicht eigentlich ist? Dazu muss man sagen, alles das, was wir heute an der Beurteilung der pandemischen Lage haben, sind ja Entscheidungen oder Urteile in größter Unsicherheit. Also Entscheidungspsychologen nennen das Entscheidungen in Unsicherheit. Vieles wissen wir nicht. Vieles können wir nicht abschätzen. Wir wissen Wahrscheinlichkeiten. Ich selber bin natürlich keine Virologin, dafür wäre ich heute nicht eingeladen, sondern Psychologin. Das heißt, fachlich kann ich die Zahlenlage kaum beurteilen. Genauso wie Sie als Zeitungsleser, das eine hat man mal verstanden, das eine ein bisschen besser verstanden als das andere. Mich interessiert die Wirkung, die die Berichterstattung auf die Menschen hat. Und das soll auch heute im Mittelpunkt stehen. Ich habe hier einige Forschungsergebnisse herausgesucht, die sowohl mit der pandemischen Lage heute als auch mit vergangenen Pandemien sich beschäftigen. Und da kann man, glaube ich, sehr gut zeigen, wie das eigentlich funktioniert, wie Medien mit solchen Situationen umgehen. Und viele von Ihnen erinnern sich sicherlich auch noch, wie das anfing Anfang des Jahres. Es gab eine Berichterstattung aus China, wo man vielleicht nicht so wusste, wie relevant ist das denn für uns? Und dann kam es quasi immer näher, bis wir eben dann Mitte März auch die deutlichen Veränderungen in unserem Alltagsleben gespürt haben. Und wir gucken mal ganz kurz hinter die Kulissen und fragen uns, warum Pandemien eigentlich so wertvoll für Medien sind. Das klingt so ein bisschen kurios. Also eigentlich aus Pandemien machen Medien kein Geld. Aber irgendwo so ein bisschen schon. Denn die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf die Nachrichtensituation ist natürlich eine ganz andere. Also die Leute gucken mehr Nachrichten, rufen Nachrichten mehr auf, abonnieren mehr Push-Nachrichten auf dem Handy. Also es ist einfach stärker im Bewusstsein. Das heißt, irgendwo ist da doch auch ein monetärer Aspekt da drin, was Marktanteile und Zuschauerzahlen angeht. So und warum ist das für den Bereich so interessant und so spannend? Da hat man eben festgestellt, und das hat einfach was mit der Arbeit von Medien zu tun, Pandemien sind auf der einen Seite erwartbar. Die kommen eigentlich nie über Nacht, sondern wie wir es Anfang des Jahres gesehen haben, sie kündigen sich an, weil sie vielleicht im Ausland einen Entstehungsprozess haben. Und dann sind sie aber doch wieder plötzlich, weil sich spontan eine Situation endet. Das ist für Medien deswegen toll. Man kann sich ein bisschen darauf vorbereiten. Aber auf der anderen Seite hat man immer Neuigkeitswert an der Stelle. Pandemien, wie wir wissen, breiten sich aus. Also es gibt eine Steigerung, die auch immer irgendwie berichtenswert ist. Pandemien haben zwangsläufig sehr viele negative Wirkungen auf die Bevölkerung und das Alltagsleben. Und sie haben Auswirkungen auf so ungefähr alles. Das ist auch für eine Medienberichterstattung ein besonderer Aspekt. Wir haben Berichterstattung über Krankenhäuser, über Schulen, über Einkaufen, über alle möglichen Aspekte. Und das ist für, wenn Sie Journalist sind und sagen, Mensch, ich habe eine Zeitung zu füllen oder Sendungen zu machen und wissen, ich kann die ersten acht Minuten der Tagesschau eigentlich jeden Tag mit Meldungen aus dem Bereich füllen, dann hat das eine gewisse Stabilität auch in der Nachrichtenlage. Sie sind natürlich auch bedeutsam, das ist klar. Sie haben bekannte Elemente. Also bekannt heißt, ich kann auf bestimmte Mechanismen zurückgreifen. Jeder, also gerade bei der aktuellen Covid-19-Pandemie haben wir eine sehr enge Verbindung zu Atemwegserkrankungen. Und das ist aus journalistischer Sicht heißt, dass jeder hat mit Atemwegserkrankungen zu tun, kennt Erkältungen, kann das nachfühlen. Und sie haben also einen sehr kurzen Draht, müssen nicht viel erklären, um die Leute dann für das Thema zu interessieren. Es passiert nahezu ständig was, im Moment auch gerade eine tägliche Berichterstattung der diversen Kennzahlen. Das heißt, sie können aus journalistischer Sicht eigentlich schon immer diesen Plätze freihalten für eben diese Zahlenentwicklung, die im Moment eine große Rolle spielen. Und Pandemien und die Entwicklung von Pandemien sind natürlich in gewisser Weise unvorhersehbar. Wir wissen alle nicht, wie die Lage in vier Wochen ist. Und das ist natürlich auch berichtenswert. Und jetzt gibt es noch den zusätzlichen Aspekt, dass Medien eben oft Katastrophen sehen. Das klingt nicht nur so, das kann man tatsächlich untersuchen. Und zwar hat man festgestellt in verschiedenen Industrieländern, dass wenn eine Situation sehr schwierig ist, wie zum Beispiel einer Pandemie, kann ich der Berichterstattung verschiedene Richtungen geben. Ich kann mich darauf, kann zum Beispiel berichten, was schlimmstenfalls passieren könnte. Die sogenannten Worst-Case-Szenarios. Und was macht Worst-Case-Szenarios aus? Einmal, dass es eine schlimme Folge ist, ein schlimmer Effekt. Aber zusätzlich ist das Besondere an Worst-Case-Szenarios auch, dass sie einfach selten vorkommen. Worst-Case heißt der schlimmste, die schlimmste Ausgang, den ich mir irgendwie vorstellen kann. Das ist die Idee von so einem Szenario. Und das heißt im Umkehrschluss, okay, wenn es die schlimmste Folge ist, die ich mir vorstellen kann, dann ist sie selten. Dann ist das ein seltener Fall. Ich reite darauf deswegen so rum, weil man eben festgestellt hat, dass sich ein Großteil der Berichterstattung in solchen Situationen auf diese Worst-Case-Szenarien konzentriert. Und dann natürlich ein völlig anderer Eindruck entsteht. Das heißt, etwas, was sehr unwahrscheinlich ist, dem wird großer Raum in der Berichterstattung eingeräumt. Warum? Weil natürlich die Katastrophisierung auch ein journalistisches Mittel ist. Und wie ich versucht habe, anhand der freien Presse und der Bild-Zeitung zu zeigen, nicht nur ein Instrument der Boulevard-Medien. Also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, wie Redaktionen arbeiten. Das liegt nicht daran, dass Journalisten so sensationslüstern sind, sondern das ist so eine Wechselwirkung aus, was lesen die Leute gerne, wo wird hingeguckt. Und dann werden eben solche seltenen Ereignisse sehr stark hervorgehoben und werden dem mit einem riesigen Raum eingeräumt. Und das haben wir in anderen Bereichen auch. Also ich selber habe sehr lange in der Justizberichterstattung gearbeitet. Da sind dann auch die seltenen, spektakulären Fälle, über die wird wahnsinnig ausführlich berichtet. Sodass man irgendwie das Gefühl hat, dass das wahnsinnig häufig ist. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern sie haben eine Tätergruppe oder eine Tatgruppe, die selten vorkommt, über die wird aber extrem breit ausgebreitet, weil es da viel zu erklären gibt und viel zu erzählen gibt. Und das verhält sich hier bei der pandemischen Lage auch. Und das hat man ausgezählt für Zeitungen in den USA, sodass in der Berichterstattung 60 Prozent der Berichterstattung sich mit den schlimmsten anzunehmenden Folgen beschäftigt. Und das hat natürlich auch eine gewisse Wirkung auf die Personen, die damit befasst sind, die also da auch das lesen und damit umgehen als Medienkonsumenten. Das zum Hintergrund, warum pandemische Lagen so wichtig sind. Was sind denn, gucken wir mal hier mal drauf, was sind denn überhaupt diese Alarming Frames? Also was sind diese alarmierenden Elemente? Immer nur zu schreiben, ist irgendwas schlimmer, nutzt sich ja auch irgendwas irgendwann ab. Das heißt, wir haben hier oft eine sehr emotional aufgeladene Sprache. Wir haben es vorhin an dem Beispiel gesehen. Unfassbar aus dem Boulevardbereich oder wird immer schwieriger oder angespannt. Die Beschreibung der Situation in den Krankenhäusern ist angespannt. Das ist ja auch keine sehr neutrale Sprache, die da stattfindet. Dann haben wir bestimmte Nachrichtenwellen, wo dann also über drei, vier, fünf Tage lang ein Thema besonders im Fokus steht. Das ebbt dann so ein bisschen ab. Dann hat man darüber so quasi alles erfahren. Dann kommt wieder was Neues. Dann sind es wieder die Schulen, die im Fokus stehen oder die Impfzentren oder Ähnliches. Das kommt immer so wellenartig, dass man das Gefühl hat, drei, vier, fünf Tage über ein Thema ganz intensiv viel zu erfahren. Dann gibt es natürlich auch viele Formulierungen, die Nachrichten eine bestimmte Richtung geben, nämlich auch gerade die, die Situation ist sehr schwierig und angespannt. Dann gibt es auch die sogenannten Narrative, also Formulierungen oder Phrasen oder Teile von Nachrichten, die immer wiederkehren, die immer wieder als Muster dann hervorgehoben werden und dann natürlich sich auch sehr stark festsetzen, weil sie einfach so oft formuliert werden. Insgesamt haben wir natürlich auch eine sehr, sehr viele Formulierungen, die sich mit der Lebensgefahr beschäftigen, was einmal da natürlicherweise damit zusammenhängt, dass es sich um eine sehr ernste Erkrankung handelt, aber dann auch wieder deutlich macht, dass darauf ein sehr starker Fokus liegt. Oder eben auch, dass einzelne Szenen besonders hervorgehoben werden, die natürlich stattfinden, aber es ist eine journalistische Auswahl, welche Szenen ich hervorhebe. Ist es eine Szenen aus einem Krankenhaus, aus einer Schule? Ist es eine Alltagssituation auf der Straße? Das ist eine journalistische Entscheidung und da gebe ich natürlich auch sehr viele Richtungen vor. Und da sind gerade die Fernsehsender in einer ganz besonderen Situation. Und dann haben wir auch, und das haben Sie sicherlich auch schon festgestellt, Experten, die sehr stark auch alarmierend sich äußern. Also für mich wäre ein Beispiel dafür Herr Lauterbach, der ja immer sehr alarmierend unterwegs ist, sehr mahnend unterwegs, ist sehr stark in den Vordergrund stellt, welche sehr schwerwiegenden Folgen bestimmte Handlungsweisen des Staates oder des Einzelnen haben. Ich will das inhaltlich gar nicht bewerten. Ich bin nicht in der Lage, das einzuschätzen. Ich nehme das als Medienkonsument wahr, aber er wäre für mich jemand, der da tatsächlich an einer sehr vorderen Rolle spielt. Und Sie ahnen schon, dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Aspekte führt eben zu einer sehr starken Grundstimmung, die dann auch das Ganze sehr deutlich macht. Und das ist auch der Bereich, in dem man eben dann untersuchen kann und auch durchzählen kann und auch die Wirkung auf eine Bevölkerung feststellen kann. Immer mehr Berichterstattung, wir merken das alle, führt in der Regel dazu, dass wir so eine Art, man nennt das apokalyptische Negativität haben. Also dass alles immer schwieriger wird, dass die Bedrohungslage immer bedrohlicher wird. Und dann gibt es so selbstverstärkende Effekte, die eben zu dem, wir nennen das als Psychologen, soziale Ansteckung führen. Also diese Ansteckung, deswegen hier in Anführungsstrich, hat nichts mit der virologischen Ansteckung zu tun, sondern mit der Kommunikation, so eine Art Ansteckung von Sorge. Man ist angesteckt durch die Sorge der anderen Personen, durch die Angst der anderen Personen und dann setzt sich es fort. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, über wie viele Ketten sich das quasi fortsetzt und präsent ist. Und dadurch entsteht einmal natürlich eine Negativität und jetzt muss man wissen, dass negative Nachrichten natürlich immer präsenter sind. Das kennen wir auch aus dem privaten Umfeld. Wenn uns einer was Negatives erzählt, merken wir uns das meistens viel länger. Negative Erfahrungen bleiben, bleiben auch bei uns selber länger hängen. Das ist halt was damit zu tun, dass man die in der Zukunft natürlich vermeiden möchte. Und ganz stark ist es, wenn negative Nachrichten mit positiven kombiniert werden. Also nicht, wenn danach eine positive Nachricht kommt, sondern wenn die zusammenhängen. Also wenn tatsächlich vielleicht eine positive Entwicklung der Zahlen mit einer Infektionszahlen, mit einer negativen Situation in Schulen oder Krankenhäusern verbunden wird. Da hat man festgestellt, dass dann die Wirkung, also die negative Wirkung, die Sorgewirkung dann noch viel größer ist. Und es ist natürlich eine journalistische Aufgabe. Ich habe ja selber da gesessen und auch Themen ausgewählt. In einem kleinen Bereich war, bei dem größten Lokalseite in Nordrhein-Westfalen. Aber habe da mitgewirkt, zu sagen, was gibt man einer Geschichte oder einem Ereignis für einen Tenor? Wie kann man damit umgehen? Und das sind dann natürlich auch Aspekte, die immer mit einfließen, wo Journalisten aber oft nicht weiter denken, ist, dass eben dadurch so selbstverstärkende Effekte eintreten, die eine ganz besondere Rolle spielen an der Stelle. Gibt es schon Fragen, die ich mit beantworten kann? Wenn ich Sie im Bild sehe, habe ich irgendwie das Gefühl, Sie wollen mir was mitteilen. Genau. Ja, wir haben auch schon die ersten drei Fragen. Und liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen auch gerne mal sagen, Sie haben über das Frage- und Antwort-Tool unten im Bildschirm die Möglichkeit, auch direkt weitere Fragen zu stellen, die wir dann im Anschluss auch weiterhin klären können. Ich möchte gerne mal auf die ersten drei Fragen eingehen. Jemand fragt, ist denn der Presserat eine geeignete Anlaufstelle, um gegen Falschmeldungen in der Presse vorzugehen? Das war ja so eine Erwähnung eingangs. Ja, wie ist da entsprechend Ihre Aussage? Ja, also der Presserat ist im Moment eigentlich die einzige Institution, die überhaupt was aussprechen kann, bis hin zur öffentlichen Rüge. Wir wissen alle, wie eingeschränkt die Möglichkeiten tatsächlich sind. Und angesichts der Lage, in der gerade Falschmeldungen ja gerade in den letzten, ich würde mal sagen, so zwei, drei Jahren eine besondere Bedeutung erlangt haben, müssen wir da auch politisch auch neu drüber nachdenken, ob dieses, der Presserat ist ja so ein Selbstverwaltungsorgan, ob das das richtige Organ ist an der Stelle. In meiner Wahrnehmung und auch was so die Forschungslage angeht, scheinen mir aber die journalistisch betreuten Medien nicht das zentrale Problem zu sein, sondern ich glaube, die Fortsetzung der Medien in den sozialen Medien, wo dann Leute wie Sie und ich aus einer medialen Geschichte vielleicht eine eigene Interpretation geben, ein eigenes Erlebnis noch dazu und vom Hörensagen Sachen weitergeben, da scheint mir das mit der mit der Falschberichterstattung eigentlich das größere Problem zu sein. Also vielleicht auch von meinem Hintergrund her, in Redaktionen habe ich noch ein gewisses Vertrauen, da wird auch viel falsch gemacht, also keine Frage, aber das Problem der Falschnachrichten, die sich dann auch so fortsetzen, ist eher ein Problem von, oder nach meiner Wahrnehmung, eher ein Problem von Nicht-Journalisten an der Stelle, um die Frage zu beantworten. Ja, der Presserat ist im Moment das Einzige, was wir da in der Hand haben und die können auch was machen. Ob das ausreicht, da können wir fast eine eigene Veranstaltung zu machen, aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Können wir mal drüber nachdenken. Ein Herr Böhnke fragt, warum werden die negativen Informationen von den Medien permanent wiederholt? Ich glaube, das hatten Sie ja eben schon mal auch in dieser Auflistung aufgezeigt. Ja, ich denke mal, dass die Frage auch damit eigentlich schon beantwortet worden ist. Das liegt einfach daran, dass negative Nachrichten viel stärker wahrgenommen und auch nachgefragt werden. Also wenn Sie sich so eine Seite angucken, von der Zeitungsseite, welche Sachen werden angeklickt. Wir wissen ja heute genau, was Leute interessieren und wo sie dann weiterlesen drücken. Und es ist so, dass eben die negativen Nachrichten die größte Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn wir das mal drehen wollen, und die Idee dahinter ist ja eine gute und positive Idee, dann müssen wir dazu auch eine eigene Veranstaltung machen. Im Moment können wir nur mit den Lesern und Zuschauern arbeiten, die wir haben. Ich sehe es in unserer Veranstaltungsreihe wird immer länger und wird sich lange in die nächsten Monate hineinstrecken. Eine dritte Frage von einer Frau Günther. Stumpfen die Menschen nicht ab bei diesen wiederholten Panikmeldungen, deren Prophezeiung letztendlich ja doch nicht eintreffen? Ja, es gibt zwei Effekte, die dann stattfinden. Ihre Vermutung ist völlig richtig. Man kann es irgendwann nicht mehr hören. Was auch dann so stattfindet, ist so eine Abwertung dieser Zahlen, die immer stattfinden, weil wenn die immer so in so einer gleichen Größenordnung sind, irgendwann kann man sich die nicht mehr vorstellen. Also da gibt es auch einen psychologischen Effekt, dass ab einer gewissen Größenordnung Zahlen einfach nicht mehr für uns dimensionsmäßig fassbar sind. Also ich überspitze es jetzt mal, wenn in, ich schieße mal die Zahl aus der Hüfte, ob in den USA 1,7 oder 17 Millionen Leute infiziert sind, ist für uns in der Wahrnehmung so gut wie kein Unterschied, obwohl das Faktor 10 ist. Das ist ja zehnmal so viel. Das liegt daran, was unsere Zahlenwahrnehmung in der Größenordnung versagt. Das sind Größenordnungen, die Leute können wir nicht mehr sehen. Das ist was, was wir wahrnehmungstechnisch nicht mehr erfassen können. Es gibt aber dann trotzdem den zweiten Effekt, also trotzdem man sagt, ach komm, schon wieder, da höre ich bei dem Brennpunkt in der ARD gar nicht mehr richtig zu. Trotzdem bleibt hängen, tatsächlich in einem psychologischen Effekt, die Lage ist ernst, die Lage ist ernst, die Lage ist ernst. Das heißt, auf der einen Seite will ich gar nicht mehr so genau mich damit beschäftigen und man drängt es vielleicht auch so ein bisschen weg, was auch durchaus verständlich ist, aber durch diese ständige Wiederholung, es ist ernst, es ist dramatisch, es ist eine Bedrohung. Das setzt sich unglaublich fest und das sind auch die Effekte, die wir dann beobachten. Okay, dann eine kleine redaktionale Anmerkung. Es wurde gerade gefragt, wo denn die Fragen zu sehen sind, die gestellt wurden. Wir haben diese Funktionen leider über das ausschalten müssen, weil es doch auch immer wieder zu Fragen kommt oder Anmerkungen, die wir nicht unbedingt für alle sichtbar machen wollen. Wir wollen einfach da die Unruhe aus einer solchen Veranstaltung ausnehmen. Haben Sie da bitte Ihr Verständnis dafür? Ansonsten werden wir wirklich alle Fragen stellen an die Frau Nimmerfroh, die Sie hier entsprechend für uns eingeben. Ja, dann weitere Einladungen zu weiteren Fragen und Sie dürfen gerne erst mal weitermachen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also ich finde das super. Ich unterbreche gerne für Sie. Ich habe natürlich, wie jeder Wissenschaftler, so ein bisschen eigentlich zu viele Fakten mitgebracht für Sie. Deswegen freue ich mich, wenn Sie mich stoppen und sagen, hey, da haben wir eine Frage, da möchten wir das genau wissen. Das finde ich sehr gut. Was Sie hier sehen, ist eine etwas komplexe Grafik. Ich dampfe es mal auf eine zentrale Botschaft ein. Hier geht es um die Schweinegrippe, um die Berichterstattung zur Schweinegrippe. Das ist eine Pandemie gewesen, tatsächlich in der Vergangenheit, wo man die tatsächlich ein Ende hatte, die also da nicht mehr vorlag. Und was Sie hier sehen, ist in dem hellen Bereich, das ist die Berichterstattung. Sie sehen am Anfang viel Berichterstattung und die dunklen Balken sind immer die Zahl der Personen, die im Krankenhaus ist. Das heißt, wenig, faktisch wenig Leute betroffen, erst mal in der ersten Zeit, aber eine riesige Berichterstattung. Und später, als viel mehr Leute betroffen waren, also viel mehr Leute im Krankenhaus waren, trotzdem nicht viel mehr an Berichterstattung. Also Sie sehen hier auch die Nachrichtenwellen. Das heißt, das passt nicht immer zusammen, die Nachrichtenlage und die tatsächliche Bedrohungssituation. Das hat was damit zu tun, dass erst mal wenige Fälle eine Wahnsinnsaufmerksamkeit kriegen und dann eben auch so eine Art Gewöhnungseffekt dann schließlich auch stattfindet. Und ich habe das mal mitgebracht, weil man es hier mal zahlenmäßig sehen kann. Man hat vielleicht so das persönliche Gefühl da dran, aber hier habe ich es mal mitgebracht. Das ist eine Untersuchung von niederländischen Medien. Das tut sich aber in Industrieländern nicht so wahnsinnig viel. Also ich habe die, für Deutschland habe ich keine gefunden, aber da gibt es keine großen Unterschiede an der Stelle. Hier sieht man auch, das ist die gleiche, die gleiche Pandemiesituation, sieht man auch, wie sich die Meldungen so verhalten. Hier haben Sie in der dunklen, in der dunklen Linie die alarmierenden Meldungen, die dramatischen. Und Sie sehen, das sind immer viel mehr, wohingegen eben die neutralen Meldungen einfach viel weniger sind. Das überrascht jetzt keinen von uns, denke ich. Was mich dann immer, deswegen habe ich es mitgebracht, damit man es mal auch tatsächlich in der grafischen Übersicht sehen kann, wie da diese Lage stattfindet. Das wissen Journalisten eben nicht. Also die, da findet es keine Verbindung statt zwischen der medienpsychologischen Wissenschaft und dem tatsächlich praktischen Journalismus. Da bin ich eine der wenigen, die dann eben auch mal in Publizistikstudiengänge reingeht und das dann auch mal sichtbar macht. Also das kriegen die im Alltagsgeschäft, kriegen die das so nicht mit. So, wir haben, dann muss man die Frage stellen, das ist tatsächlich oft untersucht worden, ob viel Medienkonsum, also viel Medienkonsum heißt tatsächlich, ich habe den ganzen Tag Push-Nachrichten auf dem Handy und habe die, gucke Tagesschau und vielleicht noch zwei andere Nachrichtensendungen und im Internet gucke ich neben der Arbeit da immer drauf. Ist es ein Problem? Und es ist tatsächlich so, dass man festgestellt hat, dass dieses, wenn man sich selbst, das machen die Leute ja freiwillig, wie oft ich da drauf gucke und welche Medien ich kriege, das ist ja meine persönliche Entscheidung, das ist nicht ganz unproblematisch, um man vorsichtig zu sagen, weil die Menge, also die Intensität, mit der man sich damit beschäftigt, Sie wissen selber, wie oft Sie Medien wahrnehmen und da reingucken in die Nachrichten, das hat eine Auswirkung, die ist auch messbar an der Stelle. Das heißt, wir haben hier die sogenannten Kaskaden der Negativität, ja, also es wird immer negativer an der Stelle und wenn ich tatsächlich weniger Medien konsumiere, also nicht eben alle Push-Nachrichten und x-mal am Tag da spiegel.de oder freiepresse.de oder mir angucke, dann kann, dann wird dieser Effekt der sozialen Ansteckung gedämpft. Das heißt nicht, dass ich die Augen zumache vor den, also dass ich die Nachrichtenlage verdränge, sondern es geht tatsächlich hier um das mehrmals täglich und ständig am Puls der News sein, um diesen Effekt, also nicht Verdrängung. Und es ist, diese sehr gesteigerte Nachrichtenkonsum hat ein Risiko, ist ein Risikofaktor für die mentale Gesundheit. Das heißt nicht, dass alle, die oft Medien gucken, jetzt alle psychisch erkranken. So streng ist die Lage natürlich nicht, aber es ist ein Risikofaktor, gerade für Menschen, die sich vielleicht persönlich besondere Sorgen machen. Also man hat festgestellt, dass die Personen, die sehr stark eben in dem Bereich sich interessieren und das auch alles für sich eingestellt haben, tatsächlich ein höheres Risiko haben, mental nicht so gut, nicht so gesund durch solche Krisenzeiten zu kommen wie andere. Also es gibt gute Gründe dafür, auch mal seinen eigenen Medienkonsum, weiß nicht, ob es hier welche in der Runde betrifft, auch seinen eigenen Medienkonsum, da auch mal zu hinterfragen, um mal zu gucken, muss ich da wirklich jetzt so oft reingucken, gerade wenn man selber das Gefühl hat, dass einem die Situation eher beklemmt. Das kann helfen, das ist kein Allheilmittel, aber das kann zu einer Linderung führen. Und wenn wir hier natürlich auch im Rahmen einer politischen Stiftung sind, ist auch zu fragen, muss man da darüber auch sprechen, über die Verantwortung der Medien. Muss man hier auch mal thematisieren, wissen, dass da vielleicht auch eine Selbstverpflichtung notwendig wäre, diese Kaskaden der Negativität auch in der Berichterstattung abzufedern. Sie wissen vielleicht, dass bei Suizidberichterstattung über Suiziden es eine Selbstverpflichtung der Medien gibt, die zum Beispiel besagt, dass wenn ein Suizid stattfindet und es gibt keinen Aspekt des öffentlichen Interesses, also wenn jemand sich das Leben nimmt und es nichts gibt, was von außen ein besonderes Interesse hervorruft, wie zum Beispiel eine Vollsperrung einer Innenstadt über mehrere Stunden, dann gibt es die Selbstverpflichtung, darüber nicht zu berichten. Deswegen werden Sie auch nie hören, in unserer Stadt haben sich im letzten halben Jahr so und so viele Leute das Leben genommen. Diese Berichterstattung gibt es absichtlich nicht. Und dann könnte man natürlich auch fragen, ob so eine Selbstverpflichtung auch für diese Art von Berichterstattung hilfreich wäre. Darauf zieht auch gerade wieder eine Frage von einer Frau Günther. Es gibt einen sogenannten Nocebo-Effekt, also das Pandon zum Placebo-Effekt, dass man durch ein Glauben etwas auch eine Krankheit bekommen würde. Ob es die Frage gezielt, gibt es denn empirische Untersuchungen, die so etwas auch belegen, also als Effekt einer solchen Berichterstattung? Also das Auslösen einer solchen Krankheit, es gibt Belege dafür, und zwar gerade durch Fernsehberichterstattung oder durch multimediale Berichterstattung. Es muss nicht das Fernsehen sein, es können auch andere Seiten von Videoberichterstattung sein. Es gibt einzelne Untersuchungen, die tatsächlich darauf hinweisen, dass damit auch Traumata ausgelöst werden können. Ich sage bewusst einzelne Untersuchungen, weil ich da jetzt keine, also das sind wenige Untersuchungen, die einfach noch zu wenig sind, um darüber eine generelle Aussage zu treffen. Aber die Vermutung geht in die Richtung, dass man sagt, gerade audiovisuelle Darstellungen haben eine starke Wirkung. Und dazu kommen auch noch Internetnachrichten, da habe ich gleich auch noch Zahlen dazu, die eine besonders starke Wirkung dann auch, was persönliche Angst und Sorge haben, dann eintritt. Also es ist nicht so simpel, dass man sagt, ach, die sollen berichten, was sie wollen. Wir haben durch unseren Medienkonsum, aber auch die Journalisten, durch ihre Art der Darstellung, da ist eine besondere Verantwortung unterwegs. Können wir auch gleich noch eine Frage anschließen, wo Frau, nee, Entschuldigung, Herr Ilrich fragt, woran könnte es liegen, dass die Mainstream, dass dieser Mainstream-Meinungskorridor bei Corona gefühlt so eingeschränkt ist? Weil das vorhandene Spektrum wurde jetzt ihrerseits am Anfang noch nicht abgebildet. Also der Meinungskorridor ist tatsächlich eingeschränkt und ich ergänze das an der Stelle. Ich glaube nicht, dass er in der Corona-Berichterstattung besonders eingeschränkt ist, er ist immer eingeschränkt. Und zwar gibt es da einen recht simplen Effekt, Medien schreiben voneinander ab. Medien beäugen sich gegenseitig unglaublich stark. Da wird geguckt, wer hat eine Geschichte exklusiv? Was für einen Dreh hat die Welt der Geschichte gegeben? Reagiert die Süddeutsche da drauf? Ich bleibe jetzt mal beim Tageszeitungsbereich. Im Fernsehbereich wird genauso kritisch beäugt. Das hat mich als Journalistin früher immer fürchterlich gestört. Ich wurde immer mit dem kontrastiert, was haben die anderen Medien gemacht? Hey Leute, ich habe einen super Job gemacht. Ich habe euch tolle Berichterstattung, tolle Reportagen gebracht und ihr fragt mich nur, warum wir es nicht genauso gemacht haben wie ein anderes Medium. Also dieses Voneinander abschreiben ist ein extremes Problem und das führt zu diesem eingeschränkten Meinungskorridor, den sie richtigerweise wahrnehmen. Das ist ein Stück weit die Angst der Medien, eine Einzelposition einzunehmen und aus dem so ein bisschen auszuscheren, weil die denken, naja, wenn die anderen das so meinen, das ist so ein psychologischer Effekt, man nennt das soziale Validierung. Wenn das so viele meinen, dann wird das schon irgendwie stimmen. Und der setzt sich leider auch im Medienbereich fort. Also ihr Gefühl ist vollkommen richtig. Ich ergänze das und sage, kein spezielles Problem für Corona, nur jetzt fällt es uns halt wahnsinnig auf. Okay. Ja, wir sammeln einfach ein paar weitere Fragen. Wir haben schon ein paar weitere Fragen, aber ich denke, wir setzen einfach erst mal fort und die Fragen dann im Anschluss weiterstellen. Genau. Ich habe hier zwischendrin immer so ein paar Zahlenfolien. Wenn dazu spezielle Fragen gekommen wären, hätte ich die mit aufführen können. Die lasse ich jetzt mal weg, weil ich das Gefühl habe, dass wir inhaltlich viel spannender diskutieren. Deswegen gehe ich da einfach drüber. Wer da großes Interesse daran hat, gerne melden. Ich kann auch alle Aussagen, die ich treffe, dann auch durch entsprechende Zahlen belegen. Ich komme jetzt noch mal zur Risikowahrnehmung, was vielleicht auch ganz gut passt zu dem, was wir gerade auch so an Fragen hatten. Wie wirkt die Berichterstattung auf die Risikowahrnehmung? Vorsicht, diese Zahlen, die ich jetzt habe, sind nicht aus der Covid-19-Pandemie, sondern das ist eine andere Pandemie, die vor einigen Jahren in Schweden und Australien stattgefunden hat, mit viel kleineren Zahlen, viel kleineren Auswirkungen. Aber dafür konnte man das da ganz gut untersuchen. Und man hat festgestellt, dass in Australien, wo über diese andere Pandemie eine sehr starke negative Berichterstattung war, Dramatisierung, Katastrophisierung, auch sehr stark in den Medien reflektiert worden ist. Die staatlichen Behörden arbeiten intransparent. Wir kennen den Vorwurf ja teilweise auch, dass da festgestellt worden ist, dass die individuelle Verantwortungsübernahme viel geringer war. Wir haben hier ja aktuell auch eine Situation, wo es darum geht, dass einzelne Verantwortung übernehmen, ihr Verhalten anpassen sollen, weil man davon ausgeht, dass das die pandemische Lage auch verbessert. Und wir wollen, dass die Menschen sicher sind in dem Verhalten, was sie zeigen. Selbstwirksamkeit bedeutet, ich zeige ein bestimmtes Verhalten, indem ich zum Beispiel draußen die Maske trage oder Abstand halte oder eben auf Besuche verzichte etc. Und ich habe die feste Überzeugung, das bringt auch was. Und diese Selbstwirksamkeit kann durch Medienberichterstattung gezielt hervorgehoben werden. Und da hat man tatsächlich im Vergleich zweier Länder festgestellt, dass eine andere Art von Berichterstattung eine Auswirkung hat. Also, dass man tatsächlich sehen kann, dass sich mehr Leute an, dass die Akzeptanz von Regeln zum Beispiel steigt, die eben aufgestellt werden und dass da tatsächlich auch in faktischer Hinsicht in die Gesellschaft hineingewirkt wird. Wie gesagt, das ist nicht die aktuelle Pandemie. Da haben wir zu diesen Aspekten noch keine Zahlen, sondern das ist ein Vergleich von einer anderen epidemischen Lage in zwei Ländern. Hier auch nochmal die Zahlen, die ich jetzt aus bekannten Gründen jetzt einmal übergehe. Letzter Punkt oder letztes Kapitel von mir, machen Medien tatsächlich krank. Das schließt so ein bisschen an die Frage an, wo ich vorhin sagte, na, da habe ich noch Ergebnisse dazu. Ich habe hier jeweils oben drüber die Titel der wissenschaftlichen Publikationen drüber gemacht, auch so als Referenz für mich und für Sie, wo ich es her habe, denn ich selber habe diese Forschung nicht durchgeführt. So, aber wo geht die Reise hin? Worauf will ich hinaus? Wir haben hier einen sehr starken Einfluss durch Fernsehen und Internetnachrichten und zwar auch durch mehr als durch zum Beispiel Radio und Zeitungen. Und da bin ich von der Frage, wie viele Leute Radio und Zeitungen konsumieren. Man kann tatsächlich messen, dass diese individuelle Angst oder Sorge auch damit zusammenhängt, wie stark ich Fernseh, also audiovisuelle Nachrichten wahrnehme und Internetnachrichten. Audiovisuelle Nachrichten ist klar, durch Bild und Ton habe ich einen stärkeren Eindruck vom Geschehen. Das erleben wir alle. und Internetnachrichten deswegen so intensiv, weil ich die Intensität da frei bestimmen kann. Ich kann zwei Stunden News lesen. Ich kann das aber auch nur fünf Minuten tun. Und je intensiver ich das tue, desto mehr beschäftige ich mich natürlich auch damit. Und da stellt man eben einen sehr, sehr großen Einfluss fest in dem Bereich. Und zwar interessanterweise auch weniger als durch Freunde und Kollegen. Also man kann tatsächlich messen, was den Einfluss auf die individuelle Sorge stärker hat. Eine Einschränkung muss sich geben. Der Effekt könnte auch andersrum sein. Also dass gerade Menschen, die sehr große Angst und Sorge haben, sehr viele Nachrichten konsumieren. Also dass es sich ein selbstverstärkender Effekt ist. Das können wir mit den aktuellen Untersuchungen, diese Untersuchung ist auch aus diesem Jahr, noch nicht sagen. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, um darauf tatsächlich eingehen zu können. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zu der Frage, was ist tatsächlich mit einem Krankheitsauslöser? Und da hat man in Form einer Befragung auch in diesem Frühjahr in den USA mal nachgeguckt oder nachgefragt, depressive Symptomatik, individuelles Risiko, wie dramatisch wird die Lage wahrgenommen im Verhältnis zum Medienkonsum? Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass ein gesteigerter Medienkonsum unter bestimmten Bedingungen tatsächlich sehr einen negativen Effekt verstärken kann. Das heißt, Menschen, die entweder schon in einer depressiven Symptomatik sind, das muss keine Depression sein, aber eine depressive Episode haben oder sehr oft in melancholischer Stimmung sind, wenn dazu noch ein sehr hoher Medienkonsum kommt, kann dieser schwierige oder dieser mental schwierige Zustand an dieser Stelle entstehen. Also da hat man diesen Zusammenhang gezeigt, aber wie gesagt, mit der Besonderheit, dass zwei Effekte zusammenkommen müssen, ein sehr hoher Medienkonsum und eine individuell schwierige Situation, die eben auch zum Beispiel durch die Isolation oder dass man viel zu Hause ist, auch stattfinden kann, die in der Kombination können tatsächlich auch einen Risikofaktor darstellen. Das hat natürlich auch ein bisschen Auswirkungen auf die Verantwortungssituation, wo man dann natürlich fragt, naja, haben Medienverantwortung, wenn Leute vielleicht in einer schwierigen Lebenssituation ohnehin sind? Die könnten ja auch das Gerät ausmachen. Das wäre da noch im Einzelnen zu diskutieren. Das ist aber der Stand, den ich jetzt heute im Winter 2020 bieten kann. Da muss sicherlich noch mehr getan werden, um das noch genauer herauszufinden. Ich denke, wir können aber festhalten, das ist auch mein Eindruck, nachdem ich mich da sehr intensiv damit beschäftigt habe, dass es ein Risikofaktor ist und dass man auch über die Rolle der Medien, gerade über das Selbstverständnis der Journalisten auch tatsächlich und über das Vorgehen in den Redaktionen tatsächlich mal sprechen muss. Ich hatte ja damit begonnen zu sagen, das findet in Redaktionen selten statt. Ich habe ganz wenige reflektierende Gespräche in Redaktionen miterlebt, vor allem auch im Bereich der Kriminalberichterstattung, die ich selber sehr aktiv betrieben habe, wo man auch eine sehr große Verantwortung hat, was die Berichterstattung angeht. Das ist nicht sehr weit verbreitet, sondern da herrscht das Alltagsgeschäft, die Schnelllebigkeit herrscht tatsächlich vor. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir hier eine Runde haben, wo wir diese Sachen auch mal thematisieren können. Ich gehe jetzt gerne wieder rüber in die Fragen, möchte auch inhaltlich gar nichts mehr weiter anschließen, sondern hier diesen Zusammenhang so stehen lassen und gebe gerne zurück zu weiteren Fragen und Anregungen. Ja, dann herzlichen Dank schon mal bis hierher. Es sind auch schon wieder einige Fragen gekommen. Herr Kurz fragt, sind es nicht die sozialen Medien, die zum Teil für erhebliche Störungen in der Medienwelt sorgen? Erkennt man denn noch da die echten Fakten überhaupt? Also das ist ein großes Risiko durch die Telegram-Accounts und Facebook und diesen ganzen anderen Sachen. Das, was Sie als Risiko sehen, ist zu 100 Prozent da, überhaupt keine Frage, weil da die Verstärkungseffekte natürlich noch massiver sind. Und ich muss an dieser Stelle gestehen, die Vorgabe der Kollegen war, Marixina, du hast eine Stunde Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, wir trennen das. Wir gucken uns heute die Medien an und nehmen die Anregungen der sozialen Medien. Das muss eine eigene Veranstaltung sein, die ich auch gerne mit Ihnen durchführe. Das müssen wir in einer anderen Stelle vertiefen. Und Ihre Vermutung ist vollkommen richtig. Und genau da müssen wir auch ran. Da haben wir nämlich die Verantwortung der einzelnen Nutzer noch viel stärker. Das wird auch noch ein spannender Punkt. Ich gebe mal die Idee ans Regionalbüro. Ich denke mal, dass wir das dann im Januar behandelt werden. Ein anonymer Zuschauer fragt, stimmt es, dass die Medieninhalte unter anderem algorithmisch bestimmt werden? Das heißt, Nachrichten, die häufiger angeklickt werden, eher gezeigt werden? Zum Teil. Also wenn Sie sich heute ein Medium nehmen, ich habe wie viele von Ihnen gestern die Tagesschau geguckt, hier bei mir liegt heute die Frankfurter Rundschau, da ist das definitiv nicht der Fall. Da sitzen also Redakteure, die auswählen. Die Ausnahme bildet zum Beispiel Google News, wo sie alleine nach Häufigkeit bestimmte Themen prominenter dargestellt werden. Das sieht so ein bisschen aus wie eine News-Seite. Da sitzt aber keine Redaktion, die aktiv sagt, Covid-19 ist bei uns heute auf der Eins oder nicht. Also es gibt beides. Und natürlich ist es vollkommen richtig. Es wird nicht transparent gemacht. Also es steht nicht oben drüber, hallo, diese Nachrichtenzusammenstellung ist ein Algorithmus. Oder hier sitzen Menschen in einer Redaktion, die aktiv auswählen. Das wäre ein Kritikpunkt, dass sie es nicht sehen können. Und versucht an den Beispielen zu zeigen, dass wenn Sie in Deutschland eine News-Seite aufmachen, in den meisten Fällen tatsächlich eine Redaktion dahinter ist, aber nicht in allen. Frau Günther fragt, warum lernen Medien nicht dazu? Sie nimmt als Beispiel die Glyphosat-Rückstände, die damals intensiv thematisiert wurden, wo dann entsprechende Spuren gefunden wurden, aber wo man dann später erkannte, dass diese Gefahr ja eher auch von Alkohol ausgeht und allem drum und dran. Ja, wie ist das jetzt zu nehmen mit den Medien? Wollen die nicht dazu lernen oder findet man dann einfach nur einen Nachgang einzugehen? Also Sie können davon ausgehen, dass Fehler in der Berichterstattung sehr ernst genommen werden in den Redaktionen. Keiner möchte sowas erleben. Also das wird intern auf jeden Fall sehr stark thematisiert. Man geht dann, ich meine, da sind Verlage vielleicht auch nicht anders als Menschen, damit halt ungern nochmal raus, um eben auch die eigene Fehlbarkeit da nicht so weit in den Vordergrund zu stellen. Ein sicherlich positives Beispiel war der Spiegel, als mit ihrem Reporter, dem Herrn Relotius, der ja in großem Stil Falschberichterstattung gemacht hat, sondern da kamen sie nicht drum rum. Und ich bin sicher, dass die intern diskutiert haben, wie können wir das noch ein bisschen klein halten. Ihre Vermutung ist völlig richtig. Wir müssen auch als Nutzer da viel stärker reinbohren und sagen hier, was ist denn da los? Und in den Medien gibt es den Begriff, das versendet sich. Was so ein bisschen das Synonym ist, das vergessen die Leute noch vier Wochen später wieder. Und darauf wird sehr stark gesetzt. Also da ist ihr Gefühl völlig richtig. Eine Anmerkung von Frau Marta, man merkt selbst, dass man die Nachrichten irgendwann ausschalten muss, sonst droht man innerlich wirklich durchzudrehen. Bis wir das allerdings für uns beschließen, haben die Kinder ja schon mal mindestens Bruchteile davon mitbekommen, sei es aus Unterhaltung oder aus eigenen Medienrecherchen. Können das Kinder überhaupt noch kompensieren? Was ist Ihr Tipp? Grundsätzlich können Kinder das, weil Kinder eigentlich in vielen Fällen einen etwas besseren Schutzmechanismus haben als wir, weil da bestimmte Sachen einfach nicht verstanden oder nicht weiter vorausgesehen werden können. Das gilt natürlich nicht für jedes Kind. Wenn Sie ein Kind haben, was in dem Bereich eine hohe Sensibilität aufweist, kann das sein, dass auch eine einzelne Nachricht, ein Halbsatz, sehr, sehr lange noch hängen bleibt und weiter besprochen wird. Was hilft, ist auf jeden Fall darüber sprechen oder auch mal Fragen hier. Machst du dir irgendwie Sorgen? Hast du Angst darüber? Da auf jeden Fall dranbleiben, aber nicht überbetonen. Oh Gott, du hast das jetzt gesehen. Was können wir jetzt mit dir tun? Sondern versuchen, durch die eigene Haltung zu zeigen, ja, es ist in Ordnung, dass es diese Berichterstattung gibt. Ich mache das jetzt aus, weil ich das für uns nicht möchte. Das heißt, die Haltung der Erwachsenen hat einen entscheidenden Faktor darauf, wie das auf die Kinder wirkt, ob sich die Unsicherheit zum Beispiel überträgt. Okay. Einmerkung auch von Herrn Hofmann. Es sieht so aus, als wenn Corona, die ganzen Corona-Geschichten als Auslösung für die ganzen Einschränkungen dargestellt werden. Ob dies alles nötig ist, weiß man ja immer erst hinterher. Er schreibt auch, es gibt ja viele Ärzte, die eine ganz andere Meinung haben und man nennt diese dann Querdenker. Und bezüglich der Querdenker ist ja auch die Frage, auch von einem anderen Zuschauer, werden die nicht erst durch die Medien auch intensiv gestärkt oder wird Corona auch nicht vielleicht sogar bewusst übertrieben, auch in seinen Zahlen. Weil man nimmt, dass der viel dramatischer war als mit Grippe und anderen Pandemien, die es irgendwo gegeben hat. Ja, man fühlt sich als irgendwo jetzt dann aufs andere Gleitschirm geschoben. Wir haben vollkommen recht. Wir sind in einer Lage, in der wir eigentlich, also unser Gehirn ist nicht in der Lage, diese vielfältigen Einzelinformationen, also nicht mal für Fachleute, es ist ja noch möglich, da ein konsistentes Bild zu entwickeln. Da sind wir auf die Hilfestellung der Medien an irgendeiner Stelle angewiesen. Ich hatte ja auch begonnen damit zu sagen, warum Pandemien für Medien, ich darf das jetzt mal sagen, das ist einfach ein tolles Thema. Es klingt nicht schön, aber es ist tatsächlich so, wenn sowas durch die Tür kommt in der Redaktion, weiß man, die nächsten Monate müssen wir uns keine Sorgen machen, weil die Berichterstattung quasi einem schon entgegenfliegt. Und Nachrichten sind ein Geschäft mit Nachrichten, nicht immer in Euro und Cent, aber das hat sehr, sehr große Auswirkungen und dieser selbstverstärkende Effekt von Berichterstattung, noch mehr Berichterstattung, noch mehr Berichterstattung ist eine Ursache dafür, dass das so wahrgenommen wird. Und ich hatte ja auch mehrfach gesagt, ich kann mir kein Urteil erlauben, mir fehlt die Fachkenntnis im Hintergrund. Insofern die Frage, was wird überhöht, hat auch viel damit zu tun, was ist, ich darf das mal hier so sagen, eine gute Geschichte. Und gute Geschichte ist das, wo die Leute auf Weiterlesen klicken. Und das führt eben auch zu einer Schieflage bei manchen redaktionellen Entscheidungen. Da muss man sich auch als Journalist ehrlich machen. Dieses Ehrlichmachen bezieht sich auf eine Frage, die wir aus unserem YouTube-Stream bekommen haben. Kennen Sie das Strategiepapier des BMI, welches den Wurst bei Corona kommuniziert sehen möchte? Der gleiche Nutzer schreibt auch, fragt den Staat, hat das vertrauliche Strategiepapier am 1. April offenlegen können? Das ist jetzt weniger auf Journalistische gezogen, aber haben das die Journalisten auch beachtet in der Richtung? Ja, das ist genau das Problem, dem wir alle auch erliegen. Also wir haben ja mittlerweile gar nicht mehr so eine, wir hatten früher, als ich Journalismus gelernt habe, gab es auch noch ein Wissensungleichgewicht zwischen Journalisten und Bürgern. Journalisten wussten immer mehr, die hatten die Zugänge, die kamen an Informationen an, an die Bürger nicht kamen. Heute ist dieses Wissensungleichgewicht nicht mehr so stark, weil eben viel im Internet bereits kommuniziert ist und es jeder nachlesen kann. Und also ich kenne das Strategiepapier und in Redaktionen ist das genauso bekannt, also wir wissen auch, was so abgeht und haben eben dann in überwiegender Mehrheit das beschlossen, was wir damals an den Medien nachher darüber wahrgenommen haben. Und ich gehe jede Wette ein, ohne das zu wissen, ich war nicht in der aktuellen Redaktion damals, ich gehe jede Wette ein, dass jeder, der damals im Dienst war und Verantwortung getragen hat, genau geguckt hat, was machen die anderen. Und dieses Abschreiben voneinander, also der Ansteckungseffekt unter den Medien, der ist unglaublich stark und den halte ich auch für gefährlicher als viele andere Aspekte, dass eben nicht selber ein Format durchgezogen wird, sondern dass Medien immer ängstlich gucken, haben die das, müssen wir das auch haben. Das ist ein riesiges Problem und das führt auch zu diesem, wir haben es vorhin den Begriff Meinungskorridor gehabt und das halte ich für wirklich eines der größten Probleme in der Berichterstattung. Wolfgang Kubicki ist ja darauf auch in seinem neuen Buch eingenommen, auch solche Themen und Fragen, die sich ja da auch immer wieder stellt selber, warum nehme ich denn in den Medien aktuell, auch gerade bei dem Thema Corona jetzt, und Sie haben ja vorhin den Namen Lauberbach auch genannt, nur so wenig Experten gefühlt waren. Wir reden ja, also egal, welche Medien, finde ich ja Einschalter von ARD bis ProSieben über RTL Sat.1, keine Ahnung was alles, sehe ich immer nur ganz wenige Experten, immer die gleichen. Also ich kann durchzitten und ja, immer nur die gleichen Gesichter. Woran liegt das? Ist das genau diese Bequemlichkeit des Abschreibens nur in Bildform oder ist das ein anderer Problem? Ja, es geht aber in die gleiche Richtung. Wenn ich als Redaktion mit einem Experten gut klarkomme, was heißt, der sagt ganze Sätze, die Sätze sind zitierfähig, der macht mir eine Schlagzeile, weil er vielleicht auch mal in die eine oder andere Seite richtig sehr pointiert äußert, das ist ein Marktwert, weil ich will ja auch Zuschauerzahlen haben und wenn die Leute wissen, Lauterbach und Kubicki treten, treffen aufeinander, dann ist das wie ein politischer Boxkampf. Das hat den gleichen Aufmerksamkeitswert und das ist tatsächlich einer der Nachteile und dann verengt sich das sehr stark, weil neuen Experten mir heranziehen, mit dem klarkommen, gucken, ob der auch gerade ausreden kann, ob der verfügbar ist. Gerade in den elektronischen Medien, ich sage es mal so, es ist eigentlich gar nicht so entscheidend, ob das jetzt die Top-Experten sind. Hauptsache, die machen einen guten O-Ton im Fernsehen und im Radio. Das sind die Auswahlkriterien, weil im Ergebnis, im politischen Geschäft erzählt ja, ist die Variante an Meinung jetzt gar nicht so wahnsinnig stark. Aber wenn Sie jemanden haben, der diese Kriterien erfüllt, den laden Sie auch hundertmal ein. Also das ist leider so. Finde ich auch nervig, aber das ist tatsächlich so, der macht wenig Arbeit. Wenn Sie Lauterbach anrufen, kriegen Sie den wahrscheinlich als ARD oder ZDF innerhalb von zwölf Stunden vor die Kamera. Der ist pflegeleicht. Okay. Gut. Pflegeleicht, so wollen wir jetzt auch mal langsam den Übergang, den Ausgang gestalten, weil wir sind in der Zeit schon ziemlich weit vorangestritten. Erstmal ganz herzlichen Dank, liebe Frau Nümmerfroh, dass Sie diesen tollen Vortrag gehalten haben und vor allen Dingen auch intensiv und gut auf die Fragen eingegangen sind. Ich freue mich vor allen Dingen darüber, dass wir nächste Woche Dienstag bereits wieder miteinander hier auf diesem Kanal zu finden sind. Und zwar dann zum Thema Einsamkeit, Angst und Depressionen. Die versteckten Folgen der Pandemie wollen wir dann näher beleuchten, weil das ist ja dann schon im Prinzip die Fortsetzung dessen, was wir jetzt hier gehabt haben, weil ja auch die Medien da doch einen gewissen Einfluss darauf haben, was uns da im Volk bewegt. Also nächste Woche am 8.12. hier um 18 Uhr. Ich werde auch noch gleich ein bisschen Werbung machen für die weiteren Veranstaltungen, die wir haben, denn am 9.12. reden wir einmal über den Konflikt in Bergkarabach. Wie lange hält denn dieser neue Frieden? Da werde ich gemeinsam hier mit Professor Dr. Leise von der Universität Jena drüber sprechen. Und wir werden uns genau mit dieser Frage beschäftigen, was passiert in Bergkarabach in Zukunft? Am 10. Also nächste Woche Donnerstag, dann werden wir über die neue Macht im asiatischen Raum hier sprechen. Wir haben da einige Experten von der German Trade und Invest-Beratungsgesellschaft, mit denen wir genau auf die Frage eingehen, die neue Macht von China mit diesem neuen gigantischen Freihandelsabkommen, was die geschlossen haben. Und am Freitag kommende Woche gibt es eine gemeinsame Veranstaltung mit Karl-Heinz Paket hier. Das alles ist organisiert vom Länderbüro Mitteldeutschland. Ich möchte jetzt erst mal Danke sagen, liebe Zuschauer, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie am Freitagabend diesem spannenden Thema sich entsprechend gewidmet haben. Danke an Frau Nimmerfroh, dass Sie die Zeit sich auch für uns genommen haben. Mir bleibt es nur, Ihnen viel Gesundheit zu wünschen und vor allen Dingen einen sehr schönen zweiten Advent, liebe Zuschauer. Genießen Sie die Tage, bleiben Sie gesund, bleiben Sie froh und wir sehen uns ganz bald wieder auf diesen Kanälen. Bis dahin, alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank.